Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Du sitzt jetzt wahrscheinlich gerade zu Hause vor deinem Bildschirm und fragst dich, mit welchem System hier von Jimdo möchte ich denn jetzt meine Webseite erstellen. Ich möchte dir jetzt in diesem Video einfach kurz zeigen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Systemen ist und welches besser für dich geeignet ist. Bevor es losgeht, ganz wichtig, du findest unten in der Videobeschreibung den Link zu Jimdo. Da kannst du einfach kurz draufklicken und dich dann eben über diesen Link anmelden. Das ist ein sogenannter Partner-Link. Das sorgt einfach dafür, dass ich eine kleine Provision von Jimdo bekomme. Dafür, dass ich hier eben diese Videos mache. Wenn du schon mal bei Jimdo auf der Seite warst, kannst du auch gerne hier oben kurz unter Einstellungen weitere Tools und dann Browserdaten, deine Cookies löschen und erst dann auf den Link klicken. Das stellt dann einfach sicher, dass das System weiß, dass du auf jeden Fall von mir kommst. Ja, aber jetzt geht es auch schon los und ich möchte dir kurz den Unterschied erklären. Und zwar, ja, hier die sagen modernes Webdesign ohne Programmieren und das System für Profis mit Coding-Funktionen. Und im Internet bezeichnen viele das als Dolphin. Und das als den Creator. Das haben die so ein bisschen da rausgenommen, aber diese Art Markennamen existieren immer noch da draußen. Und ich möchte auch so ein bisschen die Furcht vor dem System hier mit Coding nehmen. Im Gegenteil, das ist sogar noch wesentlich einfacher, als jetzt eine Webseite mit WordPress zu erstellen. Das mit Coding heißt nur, du kannst an gewissen Stellen halt noch einzelne, ja, man nennt das HTML-Codes mit einfügen. Aber das muss man gar nicht machen, um die Seite eben vollständig zu erstellen. Die Krux bei dem Ganzen ist ein bisschen dieses Dilemma, kommt relativ am Anfang. Sobald du dich angemeldet hast bei Jimnu, wirst du schon mit diesem Dilemma hier konfrontiert. Und du kannst halt zwischen diesen Systemen nicht mehr wechseln. Also du legst dich schon ein bisschen fest. Du kannst zwar später deinen Plan switchen und dann auf dem neuen System deine Webseite bauen, aber du kannst den Inhalt deiner Webseite nicht von A nach B kopieren. Deswegen ist das schon ein bisschen wichtig. Daher mache ich jetzt auch dieses Video. Du findest grundsätzlich auf meinem Kanal zu beiden Systemen ein Tutorial-Video, auch zu diesem Dolphin hier. Und neuerdings habe ich aber dann auch noch eins für den Creator gemacht. Die kannst du dir beide angucken und die verlinke ich auch unten in der Beschreibung, sodass du nach diesem Video hier dann direkt loslegen kannst. Ja, vorab, das Dolphin-System ist so ein bisschen das neuere System. Und ich kenne tatsächlich jemanden, der bei Jimnu arbeitet und der hat mir verraten, dass das tatsächlich auch so ein bisschen das Zukunftssystem ist, wo viel Energie und Arbeit reingesteckt wird. Nichtsdestotrotz ist dieses System halt das ältere System, aber auch dafür das ein bisschen reifere System. Dafür hast du wesentlich mehr Funktionen in diesem System. Zum Beispiel, wenn du einen Blog erstellen möchtest mit Jimnu, dann geht das nur mit diesem System. Online-Shops kannst du grundsätzlich mit beiden Systemen erstellen. Das wird auch häufig gefragt. Aber zum Beispiel den Blog kannst du nur hiermit erstellen. Oder so gewisse Funktionen, so Chat-Funktionen und so, die kannst du auch nur mehr oder weniger hier einbauen. Also dieses System ist noch relativ jungfräulich, aber in Zukunft wird das halt wesentlich weiter ausgebaut. Und Jimnu ist es halt generell ein Anliegen für euch, also für die Nutzer, das System so einfach wie möglich zu machen. Also dass du möglichst schnell deine eigene Webseite online kriegst. Und das versuchen die eben mit diesem System. Also wenn du jetzt noch nie eine Webseite erstellt hast, dann mag das das richtige System für dich sein. Wenn du ein bisschen mehr Funktionen haben möchtest, dann ist das System sicherlich auch angebracht, weil du eben zum Beispiel einen Blog- oder einen Passwortbereich oder einen Downloadbereich kannst du nur mit diesem System realisieren. Ja, wir gucken uns jetzt in diesem Video einfach mal an, wie diese beiden Systeme so aussehen. Der größte Unterschied ist, wenn du hiermit startest, dann kommt so eine Art Umfrage. Und auf Basis deiner Antworten erstellt Jimnu eben dann deine Webseite. Und dann kannst du die Inhalte auch individuell wieder anpassen. Und dieses System, das Creator-System, funktioniert ein bisschen mit Vorlagen. Also da siehst du ein paar Vorlagen. Und dann kannst du dir eben deine aussuchen und dann direkt, ja, damit loslegen. Ich beginne mal mit diesem Dolphensystem, weil es einfach, ja, die meisten Leute hier auf YouTube über meine Videos finden. Und ich zeige dir mal so ein bisschen, wie das jetzt aussieht. Also du klickst auf jetzt starten. Und dann geht Jimnu hin und hat so eine Art Umfrage. Also für wen erstellst du die Webseite? Für eine Einzelperson? Für ein privates Projekt oder ein Event? Für ein Hobby? Oder für ein Unternehmen? Da kannst du dir das dann einfach aussuchen, was für dich relevant ist. Dann klickst du auf Weiter. Dann kannst du hier noch, ja, deinem Projekt einen Namen geben. Zum Beispiel deinen Verein oder dein Unternehmen. Ich schreibe jetzt einfach mal meine Webseite. Und dann kannst du so ein bisschen, ja, hier gucken, wo dein Standort ist. Du kannst aber auch einzelne Schritte überspringen. Kannst hier eine Kategorie einfügen. Zum Beispiel Online-Marketing-Unternehmen. Klickst weiter. Dann kannst du so ein bisschen sagen, ja, was du da einfügen willst. Also durch diese ganzen Sachen kannst du so durchspringen und das eben alles anpassen. Für dich. Hier später kommen noch so ein paar Vorlagen. Und die fragen dich auch noch so, in welchen Stil du damit verfolgst. Willst du jetzt so was Modernes oder was Minimalistisches? Und du kannst hier noch so Farbtemplates aussuchen. Sobald du das Ganze hier so ein bisschen ausgefüllt hast, schlägt Jim du dir eben hier so zwei Varianten vor. Das dauert eine Sekunde. Genau, meistens ist das hier so eine etwas farbenfrohere Variante. Oder hier so ein bisschen klassisch in Schwarz-Weiß. Da kannst du dir dann die Seite aussuchen. Ich nehme jetzt mal die hier. Dann klickst du auf Weiter. Und schon erstellt Jim du dir eben deine Webseite auf Basis deiner Antworten. Ja, und schon hat Jim du dir deine Seite erstellt. Hier ist das relativ cool, weil das schon mit Inhalt gefüllt ist. Zum Beispiel sind dann schon Bilder mit drin. Texte und so. Das sind so Dummy-Bilder. Die kannst du jetzt einzeln dann anpassen. Das Dolphin-System zeichnet sich so ein bisschen dadurch aus, dass du jetzt hier relativ leicht die Sachen anpassen kannst. Du kannst jetzt hier reinklicken und einfach hier die Sachen verändern und deine Texte eben einfach reinschreiben. Hier was löschen und einfach was dazuschreiben. Du kannst die Buttons hier verlinken und du kannst hier auch ganz neue Elemente, dann hier ganz neue Blöcke einfügen. Und hier ist das alles immer schon relativ gut designt, weil das dann vorgefertigt ist eben auf diese Vorlage hier. Genau, einfach Block hinzufügen und dann fügt er dir eben hier so aus den Vorlagen die Sachen ein. Und du siehst, das ist immer schon mit Inhalt gefüllt und alles relativ gut gestylt. Hier die Abstände sind richtig, die Farbe passt zu der Vorlage hier. Und das zeichnet eben das Dolphin-System so ein bisschen aus, dass das eben relativ leicht geht. Also es ist wirklich, wenn du dir eine eigene Facebook-Seite erstellen kannst, dann kannst du mit diesem Dolphin-System auch deine eigene Webseite erstellen. Der Nachteil ist ein bisschen, dass das ein bisschen limitierter ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel so einzelne Farben vom Button schlechter anpassen, weil das alles hier unter so globalen Design-Einstellungen geregelt ist. Und hier kannst du dann quasi die Farbpalette wählen, die Schriftart und so den Style und das Look and Feel von dieser Seite. Ja, das erkläre ich alles in diesem Tutorial. Das verlinke ich dir unten zum Dolphin. Wenn das irgendwie jetzt interessant für dich klingt und Einfachheit ist gut für dich und du möchtest das so haben, dann kann ich dir dieses System im wärmsten empfehlen. Und mit diesem Tutorial, ich glaube es geht eine halbe Stunde oder so, bist du danach auf jeden Fall Profi. Du fügst eben deinen Inhalt hier ein, du fügst noch ein paar Seiten hier hinzu, die du eben so brauchst. Und dann kannst du später das hier veröffentlichen und mit deiner eigenen Domain dann auch online nehmen. Ja, das geht relativ simpel und das Dolphin-System wird, wie gesagt, auch immer weiter ausgebaut. Da kommen dann auf jeden Fall noch neue Funktionen hinzu, die du eben für deine Webseite oder für dein Geschäft eben gut brauchen könntest. Ja, wir gehen mal zurück und gucken uns jetzt dieses Creator-System kurz an. Genau, ganz kurz wichtig, du kannst hier grundsätzlich immer auf dieses Dashboard gehen in Jimdo. Also wenn du auf Jimdo.com bist und dann siehst du hier ganz viele Seiten, habe ich jetzt hier schon auch für die Tutorials angelegt. Du kannst nämlich erstmal grundsätzlich so viele Seiten anlegen, wie du möchtest. Erst wenn du die dann später veröffentlichen willst, beziehungsweise ja mit deiner eigenen Domain veröffentlichen willst, dann musst du dafür bezahlen. Vorher kriegst du hier immer so eine .jimdofree.com Adresse und je nachdem, was du vorher hier eingetragen hast, die bekommst du da immer gratis dazu. Deswegen kannst du auch beide Systeme erstmal ausprobieren. Also das haben wir ja jetzt gesehen. Ich würde jetzt eben über das Dashboard eine neue Seite erstellen und dann mal das andere System ausprobieren und klicke jetzt auf jetzt starten. Genau, und dann kommt hier so ein bisschen die Übersicht. Und hier kannst du jetzt eben deine Branche, also was machst du, Gesundheit und Wellness, Gastronomie, Tourismus oder möchtest du einen Online-Shop machen? Ich nehme jetzt mal hier Gesundheit und Wellness, klicke da drauf und dann auf Los geht's. Ja, und jetzt sehe ich hier diese Vorlagen, die eben in dieser Gesundheits- und Wellness-Schiene sind, zum Beispiel hier für so eine Arztpraxis. Ich habe in meinem anderen Tutorial hier diese Vorlage genommen für so eine Physiotherapie. Aber du siehst hier für Yoga und Sport und alles gibt es eben ganz gute Vorlagen. Ich wähle jetzt die einfach. Hier würde ich mir an deiner Stelle ein bisschen Zeit lassen, weil so sieht dann auch deine Seite später aus. Du kannst zwar die Farben dann individuell anpassen, aber diese Vorlage sollte dir schon auch gefallen. Ich klicke jetzt auf dieses Design wählen. Genau, dann könntest du jetzt hier direkt ein Paket kaufen. Du kannst aber jetzt auch für kostenlos erstmal weitermachen. Dann wählst du deine Wunschdomain. Ich gebe jetzt hier einfach mal Wunschdomain 123321 ein. Und dann kannst du hier auf kostenlose Webseite erstellen klicken. Und auch hier geht Jimdo jetzt hin und erstellt dir deine Webseite. Ja, und wie du siehst, ist das jetzt nicht groß anders erstmal von dem anderen System. Deine Webseite ist erstellt. Hier hast du die Kopfzeile, hier hast du den Inhalt deiner Webseite und hier unten hast du die Fußzeile. Und alles ist schon so ein bisschen ausgefüllt. Wobei hier unten steht Malaga, Spanien, warum auch immer. Ich bin auf jeden Fall nicht in Malaga, Spanien. Naja, auf jeden Fall ist das ausgefüllt. Und hier kannst du jetzt auch reinklicken, die Bilder anpassen. Du kannst hier die Buttons anpassen. Und hier kannst du dann auch neue Sachen hinzufügen, wie eine Überschrift, ein Textfeld, ein Bild, Bild mit Text, ein Abstand, Videos, Spalten und so weiter. Das kannst du eben auch in dem anderen System. Das, was jetzt dieses System ein bisschen fortgeschrittener macht, ist, dass du hier bei diesen Inhalten nicht nur diese Basissachen hast, hier wie Überschrifte und Text, sondern du kannst hier auch auf weitere Inhalte klicken und dann bietet der hier eben weitere so Inhaltsblöcke an. Du kannst zum Beispiel Google Maps einfügen, du kannst Dateien zum Downloaden, ein Gästebuch, eine Produktübersicht. Genau, und dann gibt es noch so Add-ons. Jim, du arbeitest da mit so einem anderen Anbieter zusammen, mit Power.io heißen die. Kann ich auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Und darüber könntest du dann, ja, das meinen die so ein bisschen mit Coding. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Instagram-Feed hier in diese Website mit einbauen würde, dann beschreiben die mir hier, wie das geht. Dann gehst du nämlich auf Power.io, stellst das so ein bisschen ein. Das erkläre ich auch in dem anderen Video unten. Das möchte ich jetzt nicht noch im Detail erklären. Das geht aber relativ leicht und dann bekommst du so einen HTML-Snippet, nennt man das, so einen Code-Snippet und den kannst du dann hier einfügen. Und das meinen die so ein bisschen mit Programmieren. Das kriegst du aber durchaus hin, das ist nicht sehr kompliziert. Und der Rest, der hier so passiert, funktioniert eben eigentlich auch wie in diesem anderen Editor, dass du eigentlich alles so ein bisschen hier hin und her schieben kannst und auch ganz leicht neue Überschriften hier einfügen kannst. Und das geht eigentlich alles sehr leicht. Und du kannst hier die Seite dann individuell so aufbauen. Wenn du wissen möchtest, wie das ausführlich geht, wie gesagt, unten im anderen Tutorial. Hier unter Menü kannst du dann auch das Design einstellen, du kannst einen Shop hinzufügen. Und ganz wichtig, das fragen mich auch immer viele, warum geht in diesem Anfängersystem von Dolphin, warum geht der Blog da nicht? Das funktioniert aktuell nur in diesem Creator-System und hier könntest du jetzt deinen eigenen Blog hinzufügen. Und ganz kurz zum Schluss, also wie du siehst, das System hier ist so mit diesem Grau, das sieht so ein bisschen älter aus. Das andere sah ein bisschen frischer aus. Auch die Vorlage, also ich finde die Vorlage auch gut, sehr, sehr lösungsorientiert, sage ich mal. Aber so vom Look and Feel und von der Anpassung her, fühlt sich das alles ein bisschen älter an als das alte System. Fühlt sich das alles ein bisschen älter an als das neue System. Aber wenn du mehr Funktionen haben willst, bist du halt mit diesem System besser beraten, als jetzt mit diesem Dolphensystem. Ja und wenn du dir das jetzt noch zum Schluss mal hier anguckst, also dieses System, die Vorlage, ich finde die noch relativ up to date. Aber hier dieses Graue von dem Homepage-Baukasten selbst ist so ein bisschen, ja sage ich mal in die Jahre gekommen. Aber es funktioniert halt immer noch gut und erstellt hübsche Webseiten und hat halt ein bisschen mehr Funktionen oder ein bisschen viel mehr Funktionen als dieses Dolphensystem. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du jetzt loslegen willst, du findest unten in der Beschreibung beide Tutorials zu beiden Systemen. Bevor du loslegst, gerne deine Cookies löschen und dann einmal auf den Link unten in diesem Video klicken. Das stellt einfach sicher, dass Jimdo dann weiß, dass du von mir kommst und ich dir quasi hier geholfen habe, die Webseite zu erstellen. Denn ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar dafür und ja, viel Spaß bei deiner Webseite und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.